Ist der Hund satt oder hungrig? Satt Satt Hol das Futter, damit die Hunde essen können. Futter Hol Futter Der Tierarzt hat gesagt, dass dieser Hund abnehmen muss. Abnehmen Futter Der Tierarzt hat gesagt, dass dieser Hund abnehmen muss. Abnehmen Der große Hund muss auch abnehmen. Dürfen Hunde Möhren essen? Möhren Wir geben den Hunden Möhren, damit sie nicht bellen. Bellen Wir geben dem Hund Kekse, damit er nicht bellt. Wir geben dem Hund Kekse, damit er nicht bellt. Der kleine Hund muss abnehmen. Satt Einmal Hund Karton Witz Gib den Hunden Futter, damit sie nicht mehr hungrig sind. Ich glaube, dass Hunde Möhren essen können. Kekse Hol das Futter, damit ich die Hunde füttern kann. Die Hunde bellen, damit wir sie füttern. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich gebe dem Hund Futter, damit ich die Hunde füttern kann. Du Du Waschen Kannst Abnehmen Du Waschen Du Waschen